Achtung, 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 Achtung an die Wildbevölkerung. Hier spricht das automatische Kommunikationssystem der Geplaner. Sie kommen vom Planeten Kepler. Wir haben kein Licht, verdammt. Feuerzeuge, Kerze, irgendwas da. Habt ihr Feuerzeuge, Kerze oder irgendwas da? Warum sterben wir nicht einfach? Warum sterben wir nicht einfach? Warum? Guckt mal, guckt mal, ihr Scheißwixer. Ich bring euch um. Angriff. Liebe Leserinnen, liebe Leser. Hier sind die Kepler. Wir wollen die Erde untertan machen, also bestellen Sie dieses Buch sofort.